Ja, ich habe jetzt die Rührstäbe gegen Rotwein getauscht und es ist ja, man soll ja immer viel trinken beim, oh, viel trinken. So, es gibt ja so einen coolen Spruch, das ist leider nicht von mir, ich koche gerne mit Wein und manchmal kippe ich ihn sogar ins Essen. Also, wir machen uns hier quasi unkrankbar. Viren werden abgesaugt, wir haben gesunden Rotwein, Lebensfreude und machen uns einen mega gesunden Burger mit Salat, mit Gemüse, mit Kartoffeln, also Abwehrkräfte. Dann hauen wir da Kronbeer, ich habe da drauf, wir finden da WC, also quasi, das mache ich da 25 Jahre, ich bin unkrankbar. Ich hoffe, ich werde niemals vom Gegenteil überzeugt. So.